Was hast du denn? Du kriegst doch das Isomata oder was? Na, Yoga im Rathaus. Der erste Hamburger Pappen. Was ist das? Der Riedel hier oben war runtergefallen. Der Riedel war runtergefallen. Der Riedel war runtergefallen. Der Riedel war runtergefallen. Das ist jeder geil. Pressebilder. Presse. Der 11.11. 2011 im Gängeviertel ist eröffnet. Hallo! Aufwachen! Wuhu! Wuhu! Man siehst, dass er beuflischwert einmal durch die Luft kreisen. Aber er wurde unweiliglich weiter nach links gedrängt. Dorthin, wo das Gefühlen am dichtesten war. Wuhu! Wuhu! Ahoi! Wuhuuu! Ahoi! 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 Boah! Reit euch in den Fasting ein! Hallo! Sven! Das ist ja eine optimierte Verkleidung hier. Was gehst du denn? Hallo! Hallo! Stimmung? Hoi! Mehr Hoi! Zasta, zasta! Mehr Hoi! Zasta, zasta! Ah, Mann! Ah, Mann! Der Hamburger Karneval ist da! Wir wollen jetzt Schlüssel! Wuhuu! Wuhuu! Wir wollen aber Kulab! Da kommen noch mehr gut Gelaunte raus! Wuhuu! Hallo! Wir wollen jetzt ein Wuhuu! Ganz schön! Wir heiraten heute an hier! Ja! Hallo! Komm her! Hallo! 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 Herr Scholz nicht da! Aber wir kriegen zumindest das Wappen der Stadt von unserem Fördner! Das war's! Nee, nee, nee! Wie geht das nicht? Nee, 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 nee! Die haben alle Urlaub! Alle mitkommen! Alle unterwegs! Die arbeiten, die arbeiten! Das sind echt Flatschen, oder? Ist das eine Unterschriftenkarte von hier erweistet? Nee, das ist das Wappen der Stadt! Mehr konnten wir nicht erreichen, weil niemand anwesend ist! Weder Frau Stapelfett noch Herr Scholz! Ach, die haben sich doch alle schnell! Aber heute ist doch Freitag, da müssen wir doch noch anwesend sein! Die sind schon alle im Wochenende! Nach der Jugend! Die haben sich vertan! Also, Karneval ist hier unbekannt, wie wir wissen! Aber das ändert sich bis zum nächsten Jahr bestimmt! Nächstes Jahr bringen wir Leithand mit! Und viel mehr Waffen! Wir kommen ja wieder weg! Für mehr Waffen am Rathausmarkt! Wie wär's, wenn wir noch zu Occupy gehen? Occupy! Occupy! Das hier ist Occupy Hamburg, was du im Hintergrund siehst! Bei uns ist das alles kanziarisch-pragmatisch! Oh, die dürfen rein und hier nicht! Hamburger Karneval, ja! Hamburger Karneval ist da und nervt ordentlich! Was? Die Krise ist vorbei? Die Krise ist vorbei! Freut euch! Die Krise ist vorbei! Krise statt Wiese! Yoga Wache, Yoga Wache! Für ein schweres Gerät aufgefahren! Weg mit der Krise! Machst du eine Miese! Wenn nächstes kommt man hier rein! Ahoi! Was machen wir denn jetzt hier? Ahoi! Steh es doch einfach mal auf! Jetzt kommt doch jemand! Aufmachen! Wir lassen uns da nicht rein! In der Kulturbehörde! Aber wir sind doch auch ein bisschen Kultur! Nach oben! Nach oben! Was ist denn oben? Aufs Dach! Die Fackel anzünden! Auch hier ist keiner! Hallo! Machst du! Achst du! Wie geht's dir? Hallo! Machst du! Ahoi! 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 Mittagspause! Ja, Mittagspause! Kultur! Ahoi! Arbeiten! Feierabend! Disziplin! Nein, Feierabend! Feierabend! Wir sind nicht da! Wir sind nicht da! Der Staat ist nicht da! Wir holen den Schlüssel der Stadt und kleine Hottie für uns. Ein Schlüssel der Stadt? Karneval! Wir suchen den Schlüssel der Stadt! Heute ist Karneval! Eins, zwei, drei! Bitte ordentlich das Gebäude verlassen! Wir legen wett auf die Stiklinie! Eine Mildegabe, Wille! Rechen Sie unsere Tents werden Tents! Ahoi! 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 Bitte rede! Bitte rede! Ahoi! Bitte rede! Bitte rede! Bitte rede! Bitte rede! Bitte rede! Bitte rede! Hallo! Ahoi! So! Wir haben die Bittenrede auf Großen und Wunder vertagt! Großen und Wunder! Tschüß! 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 Toll! Damit fangen wir erstmal an, nicht? Und dann geht's weiter! Großen und Wunder kommt bestimmt! Das dauert sie aufbauen! Als erstes wird man die Tür aufgeschnitten! Das ist ganz klar! Das ist ganz klar! your km2 wird man einfach an einen das Vielen Dank.